Das Besondere an unserem Geheimnis, das wir jetzt gelüftet haben, ist das neue Verpackungskonzept, genannt Lightpack, das Sie hier sehen. Die wesentliche Vorteile dieses neuen Verpackungskonzeptes ist, dass wir entscheidend an Material einsparen. Wir brauchen bis zu 50 Prozent weniger Verpackungsmaterialien. Zum anderen haben wir mit unserer neuen Maschine Evolight eine äußerst energieeffiziente Maschine konstruiert. Wir verbrauchen hier bis zu zwei Drittel weniger Energie. Zum anderen hat unsere neue Maschine den Vorteil, wenn wir sie in ein Gesamtanlagenkonzept einbinden, dass wir wesentlich weniger Platz brauchen und wir eine einfachere Anlagengestaltung realisieren können.